Dann sind die Portugiesen in Übertal. Futre, schön gemacht von Futre. Und ein Eigentor. Ich wollte sagen, da kam der sowjetische Abwehrspieler noch rechtzeitig. Aber er hat den Ball in sein eigenes Tor spieliert. Bayern lässt sich Futre, aber Futre war nicht der Torschütze. Es war ganz eindeutig, ein Eigentor des sowjetischen Abwehrspielers. Fünf Minuten sind gespielt und da sehen sie, wie der Ball ins Tor fliegt. Sämtliche Sowjeträsen lassen den Kopf hängen. Am meisten lässt den Kopf hängen wohl. Der Mann, der den Ball ins Tor spediert hat, und das ist... Bild aus Versuchen auszumachen. Aus dieser Perspektive war ich nicht zu sehen.